Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Alpcast, Episode Nummer 19. Das Thema heute ist Veränderungen und Veränderungen vielleicht auch ganz allgemein gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Euch geht's gut und ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wochenstart die kommende Woche. Ich persönlich hatte eine schöne Woche. Ja, das Wetter ist im Alpenraum aktuell eher nicht so gut. Deswegen kann ich mich jetzt mehr mit dem Thema Training, aber auch mit dem Thema meiner Bücher auseinandersetzen und so weiter. Also da gibt es jetzt definitiv mehr Gelegenheit dazu. Insofern nutze ich die Schlechtwetterphasen auch möglichst produktiv. Und habe mir auch natürlich, wie jede Woche, sehr viele Gedanken über das Thema Podcast gemacht. Denn ich möchte ja jede Woche ein Thema aufbereiten, das möglichst spannend und vielleicht auch ein wenig aufschlussreich ist. Diese Woche hat mich etwas beschäftigt, was eigentlich noch gar keinen so großen Sinn macht dieses Jahr. Aber irgendwie kam es doch schon auf. Nämlich das Thema Veränderungen in den Alpen, Veränderungen im Gebirge. Und nachdem wir uns in den letzten Wochen ja immer damit auseinandergesetzt haben, was sich so bei den Menschen in den Alpen verändert, welche Menschen sich verändern, wie sie sich verändern und wie der Tourismus die Berglandschaften verändert. So habe ich irgendwie ein Thema bisher immer vermisst, nämlich die klimatischen Veränderungen. Und die meisten Leute, die sich jetzt, die das vielleicht hören, werden jetzt wahrscheinlich sich denken, oh Gott, der redet über den Klimawandel. Aber ganz so einfach ist es nicht. Ich möchte vor allen Dingen darüber sprechen, was für Folgen, was für Konsequenzen der Klimawandel denn letztlich für die Alpen bedeutet. Denn gerade die Alpen, die sind das erste oder werden das erste große Gebirge sein, das vom Klimawandel maßgeblich betroffen sein wird in mehreren Punkten. Und Fakt ist nämlich, dass es mehrere unterschiedliche, sehr voneinander unabhängige Faktoren gibt, die das Leben in den Alpen verändern werden, obwohl sie ihren Ursprung alle in derselben Ursache finden. Nämlich, dass es auf der Erde einfach wärmer wird. Und nein, ich möchte mich jetzt nicht da ganz, ganz aggressiv in das Thema hineinbegeben, ob wir daran schuld sind oder ob es ganz natürlich ist oder beides. Sondern das ist so eine verhärtete Frontendiskussion und Klimawandel ist etwas, darüber sollte man diskutieren. Aber der Alpkast ist dafür vielleicht nicht unbedingt der richtige Platz. Viel spannender finde ich ja eigentlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn unsere Gletscher vollständig abgeschmolzen sind? Was passiert eigentlich, wenn noch viele andere Dinge, die viele Leute vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben, eintreffen und bereits eingetroffen sind, aber immer weiter fortschreiten? Und da spreche ich zum Beispiel auch vom Permafrost. Dass es klimatische Veränderungen gibt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Sommer werden teilweise immer heißer, die Winter werden immer milder und auch in der Schneelage kann man das immer wieder beobachten im Winter, dass es stellenweise deutlich später, der Winter deutlich später kommt, der Frühling teilweise schon deutlich früher. Natürlich hatten wir dieses Jahr wie so oft das Phänomen, dass wir erst einen sehr intensiven, sehr, sehr frühen Frühling hatten, aber die Temperaturen dann letztlich eben nicht so hoch gegangen sind, konstant, dass es dann bei diesem Frühling blieb. Es kam dann eben wieder ein sogenannter Wintereinbruch. Winter war es eigentlich nicht mehr, es ist quasi einfach ein später Schneefall im Frühling gewesen. Die Temperaturen haben sich dieses Jahr sehr lange sehr niedrig gehalten und es ist auch jetzt immer noch so, dass es relativ kühl ist für Anfang Mai. Aber ganz ehrlich, man muss auch sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass man davon sprechen kann, dass es jetzt doch keinen Klimawandel gibt, weil der Mai oder der April jetzt zu kalt waren oder wie auch immer. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Klimatische Veränderungen, das ist aber Fakt und wir merken es, wir merken es auf der ganzen Welt, dass sich da etwas tut und vor allen Dingen, dass sich da auch noch was tut. Und zwei Faktoren können wir als Bergsteiger ganz direkt beobachten, um auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie Klimawandel eigentlich funktioniert. Da haben wir nämlich auf der einen Seite mal die Gletscher. Gletscher, das sind quasi eine Art, ja eine Art Blick in die Geschichte, denn Gletscher kommen aus der letzten Eiszeit. Seit 10.000 Jahre ist die letzte Eiszeit quasi jetzt schon vorbei, mehr oder weniger und seitdem bleiben so ein paar Überreste gerade in den Hochlagen übrig, nämlich die Gletscher. Und die Gletscher, die reichten während der Eiszeit über den kompletten Alpenhauptkammer. Also man muss sich das vorstellen wie ein großer, riesiger Eissee, bei dem so ein paar kleine Spitzen aus dem Eis herausgeragt sind. Das waren dann die steileren Gipfel, die vor allen Dingen sehr hohen Gipfel. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass fast der gesamte Alpenraum unter Eis vergraben lag. Das ist insofern ganz spannend, denn das bedeutet in Wirklichkeit, Klimaerwärmung haben wir jetzt die letzten 10.000 Jahre erlebt, denn da ging eben die letzte Eiszeit zu Ende. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass gerade der aktuelle Stand der Gletscher meiner Meinung nach fast der spannendste ist. Weil wir haben vor 40 Jahren oder vor, ja sagen wir 40, 50 Jahren, gab es die ersten wirklich detaillierten Aufnahmen von Gletscherregionen, wo auch heute noch ganz klar ist, wo diese Punkte waren. Und dementsprechend kann man hier nochmal hingehen und nochmal so ein Foto machen. Spannend ist das deshalb, weil wir so einen Kontrast zur Vergangenheit herstellen können. Wir können einen ganz direkten Vergleich bilden und dieser Vergleich lässt uns auch irgendwo erkennen, was jetzt die letzten 50 Jahre zum Beispiel passiert ist. Klar, wir wissen aus Aufzeichnungen und aus Dokumentationen und aus Büchern, wie die Gletscher vor 100, 150 Jahren ausgesehen haben. Da gibt es in den Gipfel- und Tourenbüchern der damaligen Pioniere und Alpinisten definitiv auch Aufzeichnungen darüber, wie es dort ausgesehen haben muss auf den Gletschern. Aber so richtig vorstellen können wir es uns dann oftmals doch nicht. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir hier auch Bilder haben, die uns einen ganz klaren Eindruck vermitteln können, was vor 50 Jahren Tatsache war. Das heißt, Klimawandel leugnen, das können wir uns eigentlich allein schon als Alpinisten deshalb sparen, denn wir können ihn ganz klar beobachten an den Gletschern. Die Gletscher, die sind insofern auch spannend, denn sie erzählen nicht nur etwas Historisches, sie sind nicht nur Überbleibsel einer Zeit, die wir alle nicht mal ansatzweise erlebt haben, sondern sie sind auch eine wichtige Ressource. Die Gletscher sind Trinkwasser und Trinkwasser ist für logischerweise den Menschen sehr relevant, aber auch natürlich für die Tierwelt. Das Interessante am Trinkwasser ist nämlich, dass es auf der ganzen Welt signifikant weniger wird. Und mit diesem weniger, mit dem beschäftigen sich erste Länder notgedrungen, denn ihnen geht das Trinkwasser aus, so zum Beispiel in Südafrika. Da müssen immer weiter und immer tiefere Bohrungen gemacht werden, um dementsprechende Brunnen anzuzapfen, denn das Grundwasser liegt immer tiefer und tiefer. Es wird also weniger. Wir haben hier in den Alpen einen großen Vorteil, denn wir haben aus der Eiszeit heraus einen Trinkwasservorrat erhalten, geschenkt bekommen quasi, der zumindest, so schien es für lange Zeit, unermesslich ist und auch nicht verschwinden kann. Mittlerweile wissen wir, ja, der Trinkwasservorrat, der schwindet langsam und natürlich haben wir auch noch andere Grundwasser- und Trinkwasserquellen, aber gerade die Gletscher sind da von großer Bedeutung. Noch wichtiger wird das Ganze, wenn man in den Himalaya schaut. In Nepal zum Beispiel speisen die großen Gletscher einen Großteil des Trinkwassers, denn hier sind die Flüsse definitiv nicht Trinkwasser geeignet und auch nur mit aufwendigsten Filtermethoden gerade so zu trinken und immer noch etwas bedenklich. Insofern bedeuten Gletscher für viele Leute auch eine gewisse Lebensgrundlage, mehr oder weniger in diesem Fall. Spannend sind Gletscher aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich wenn man sich überlegt, was sie zurücklassen. Wenn wir auf den Großglockner zum Beispiel blicken und uns die Pasterze anschauen, das ist ein sehr anschauliches Bild, aber auch am Mont Blanc gibt es so einen Spot, wo man das sehr, sehr gut beobachten kann. Da sieht man richtig, wie sich der Gletscher über die Zeit zurückgezogen hat, aber man kann auch sehr gut sehen, wo er vor 100 Jahren noch war. Denn die Gletscher, die hinterlassen eine brüchige Felsstruktur, also eigentlich könnte man fast sagen, ein Mischmasch aus Kies, aus sandigem Fels und aus richtig großen Steinen und Felsen. Und das alles lästet der Gletscher zurück, während er sich immer weiter nach oben zurückzieht. Dieses Zurückziehen, das ist übrigens nicht ein Zufall, sondern das kommt eben durch die veränderten Temperaturen in der Höhe. Der Gletscher wird ganz zum Schluss nämlich nur noch ganz, ganz oben sein oder in sehr, sehr sonnengeschützten Lagen liegen. Das hängt eben damit zusammen, dass es weiter unten auch etwas wärmer ist. Dieses Mitverfolgen von der Gletscherschmelze ist insofern interessant, weil wir uns auch ausmalen können, was in den nächsten 50 Jahren noch passieren wird. Es ist nämlich Fakt, dass der Gletscherschmelze nur, weil wir es jetzt wissen und dokumentieren und beobachten und wissenschaftlich erforschen können, dass sie nicht dadurch enden wird. Sie wird einfach weiterhin ein wichtiger und großer Bestandteil unseres Lebens bleiben. Und das hat insofern natürlich auch die Konsequenz, dass wir uns ausmalen können, was sich unter den Gletschern weiter oben, die jetzt noch existieren, befindet. Nämlich nichts. Fels. Eis wird es nicht mehr geben. Also bleibt nur noch der Fels und Schutt, den wir jetzt schon in den Moränen und in den zurückgelassenen Felsstrukturen erkennen können. Insofern kann man sich auch vorstellen, dass die Alpen eines Tages, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, vielleicht aber auch doch, eine sehr triste und karge Landschaft werden. Gletscher geben nämlich den Alpen irgendwo auch ihre Form und Duelle, ja, man könnte sagen, diesen individuellen Schein, den sie haben. Es gibt Eis, es gibt Fels, es gibt Wiese, es gibt verschiedenste Landschaftsformen und die alle einen eigentlich, dass dieses Bild der sehr individuellen und sehr unterschiedlichen Alpen, die wir haben. Im Wallis beispielsweise hat man ein ganz anderes Bild von den Alpen als in den Hohentauern hier in Österreich. Insofern, wir leben so ein bisschen auch, oder der Alpinismus lebt auch so ein bisschen von den unterschiedlichen Herausforderungen, die das unterschiedliche Gelände mit sich bringt. Jetzt stelle ich mir aber nur eine Frage, wie werden die Alpen dann aussehen in 50 Jahren oder in 100 Jahren, wenn es diese Gletscher zum Großteil nicht mehr gibt? Ist das dann alles Felskletterei oder werden wir uns überhaupt nicht mehr in diese Gegenden bewegen? Denn tatsächlich ist es so, dass wir die Moränen und die Gletscherränder, aber vor allen Dingen das, was der Gletscher schon vor 100 oder von mir aus auch 500 Jahren zurückgelassen hat, dass wir uns in diesem Becken kaum bewegen. Dabei ist es eigentlich interessant. Es ist nur sehr, sehr mühsam. Denn das ganze Gestein, das ist unglaublich lose. Und dieses lose Gestein ist sehr, sehr schwer zu begehen, weil vieles rutscht. Viele Felsen rutschen dann irgendwo nach, schon durch eine minimale Zusatzbelastung. Es ist nicht unbedingt gefährlich, denn diese Gletscherausflüsse sind relativ flach, aber man kann sich durchaus auch dort wehtun. Insofern, es ist nicht wirklich interessant, dort hinzugehen und sich dort etwas anzusehen. Wobei der Blick von da unten nach ganz oben in diesen Tälern, in denen die Gletscherzungen immer gelegen haben, doch interessant sein kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der unsere Alpen sehr stark beeinflusst, ist der sogenannte Permafrost. Der Permafrost ist eine Art Lehm, der die gesamten Felsstrukturen unserer Alpen zusammengehalten hat. Und das ist kein Phänomen der Alpen, sondern das ist ein Phänomen der größten Teile der nördlichen Hemisphäre, nämlich der Arktis, Sibirien, Kanada und so weiter. Der Permafrost reicht teilweise bis ins südliche Skandinavien hinein. Es geht aber gar nicht so darum, wo er ist, sondern wie kalt es an diesen Orten ist. Denn Permafrost braucht zur Bildung eine Jahresdurchschnittstemperatur von minus 1 Grad Celsius. Und minus 1 Grad Celsius, das ist als Durchschnittstemperatur schon brutal kalt. Wo haben wir das denn überall? Ja, wir haben das in der Arktis, wir haben das in Sibirien, in den nördlichen Teilen Kanadas, wir haben das in den nördlichen Teilen Skandinaviens und wir haben das natürlich im Hochgebirge. Wir haben das im Himalaya, wir haben das im Karakorum, wir haben das in den Anden, wir haben das im Kaukasus teilweise noch und wir haben das eben auch in den Alpen. Und die Alpen, die sind da ein kleiner Sonderfall, denn sie werden wahrscheinlich das erste Gebirge weltweit sein, das vom Permafrost, Schwund quasi, so stark betroffen sein wird, dass sie in sich zusammenfallen. Interessanterweise fallen sie aber nicht wirklich zusammen, denn es ist so, dass die afrikanische Platte, die Kontinentalplatte, die die Alpen mehr oder weniger gebildet hat, sich tatsächlich in unfassbar langsamer Geschwindigkeit immer noch auf uns zubewegt und so die Alpen theoretisch wachsen wird. In der Praxis funktioniert das aber leider nicht ganz so einfach, denn Fakt ist, dass der Permafrost unsere Felsblöcke zusammenhält. Und wenn dieser Permafrost schmilzt, dann fallen diese Felsblöcke ins Tal. Sehr interessant ist das in den Dolomiten, denn die Dolomiten sind ein relativ brüchiges und, also der Dolomit quasi, ist ein sehr brüchiges Gestein. Es ist sehr bröselig und bröckelig und dementsprechend ein Paradies für Kletterer. Das Interessante an Gesteinsarten ist aber, dass je brüchiger und bröckeliger sie sind, desto mehr kann man auch davon ableiten, dass sie vor allem durch Permafrost zusammengehalten wurden oder werden. Und so ist es der Fall, dass gerade in den niedrigeren Lagen in den Dolomiten dieser Permafrost schmilzt, weil es eben diese minus ein Grad pro Jahr Durchschnittstemperatur eben nicht mal ansatzweise mehr hat. Der Permafrost schmilzt, der Lehm quasi, der diese Felsgiganten zusammenhält, schmilzt weg und dann krachen ganze Felstürme ins Tal. Die sind teilweise so groß wie ein Haus, also wir sprechen hier nicht von einem kleinen Steinschlag, sondern wir sprechen hier von Hochhäusern, die ins Tal rauschen. Das birgt natürlich einige Gefahren, vor allem für die Täler, wenn da Häuser errichtet worden sind, vielleicht ganze Dörfer errichtet worden sind. Man muss sich vorstellen, vor 50 Jahren wusste niemand, dass die Dolomiten irgendwann in sich zusammenstürzen würden. Man hat da unten gebaut, weil man dachte, das hier ist sicher. Wenn es ein Jahr oder zwei Jahre keinen Steinschlag gab, dann konnte man ja nicht ahnen, dass das in 50 vielleicht schon der Fall sein wird. Insofern kann man den Leuten, die dort gebaut haben, auch überhaupt keine Vorwürfe machen, vor allem, weil diese Dörfer, die dort stehen, gerade am Fuße der Dolomiten, ja meistens nicht 50, sondern schon eher 200 Jahre alt sind und da war davon ja noch gar keine Rede. Das Spannende an all diesen Fakten bezüglich Gletscher und Permafrost ist erstens, sie sind Fakt, es passiert wirklich, es ist messbar und es ist nichts, wo man darüber diskutieren kann. Es gibt keine Meinung zu Fakten. Fakten leben davon, dass sie absolut sind und sie können hinterfragt werden, auf jeden Fall, aber man wird immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Man kann nicht darüber diskutieren in diesem Sinne. Man kann nur darüber diskutieren, was man mit diesen ganzen Fakten jetzt eigentlich anfangen will. Schließlich, ja, sie passieren. Der Permafrost schmilzt immer weiter. Es wird immer schwieriger, in den Alpen als Ganzes zu klettern, denn man weiß nie, was als nächstes für ein riesiger Felsgigant runterkommt. Das sieht man in allen Lagen, das sieht man auf allen Höhen, denn es ist mittlerweile in den gesamten Alpen viel zu warm. Und auch wenn sich jetzt niemand vorstellen kann, dass es auf der Ägidimidie zu warm ist, weil es da oben ja eigentlich gefühlt immer arschkalt ist, es ist einfach zu warm. Das Interessante an Permafrost beispielsweise ist, dass er Dinge speichert, die wir auf der Erde gar nicht haben wollen, nämlich Kohlenstoff, aber auch Quecksilber. Und wenn das alles mal aufgetaut wird, dann wird es noch schneller wärmer, was dazu führt, dass es dann eben noch mal schneller dazu kommt, dass noch mehr Permafrost abschmilzt. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Teufelskreis und in einer Abwärtsspirale. Das heißt, wir werden mit diesen Problemen auch immer schneller konfrontiert werden. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, was das eigentlich für den Alpinismus bedeutet. Wir haben jetzt eine gewisse Wissensgrundlage und jetzt können wir uns natürlich überlegen oder darüber nachdenken, was das alles für den Alpinismus tatsächlich bedeutet. Erstens, die Gletscher, die abschmelzen, hinterlassen, eben wie vorhin besprochen, Schutthallen. Das Komische ist, dass gerade viele Einsteiger im Alpinismus immer der Meinung sind, dass die Gletscher das Problem sind. Also, auf einer Bergtour ist der Gletscher, der die größte Herausforderung darstellt. In Wirklichkeit ist der Gletscher unser bester Freund, denn der Gletscher ermöglicht uns eine Spielwiese der Möglichkeiten des Aufstiegs. Wir können uns aussuchen, ob wir eine direkte, gerade Flanke raufgehen. Wir können uns aussuchen, ob wir nicht vielleicht doch in großen Serpentinen hochgehen. Wir können uns die Steigung aussuchen, wir können uns den Weg aussuchen. Natürlich machen manche Wege mehr und manche Wege weniger Sinn, aber einfach ganz klarer Fakt, wir haben viele Möglichkeiten. Eine Schutthalde lässt uns sehr wenig Möglichkeiten. Erstens mal, wenn wir den Weg zu steil wählen, dann rutschen wir wieder runter, weil das Geröll nachrutscht. Aber zu flach sollten wir auch nicht gehen, denn gerade steileres Geröll kann sich schnell auch selbstständig lösen und dann befinden wir uns sehr lange Zeit in einer Steinschlagzone. Und das ist einer der ganz, ganz großen Effekte der Gletscherschmelze. Steinschlagzonen werden immer mehr und Steinschlag wird immer wahrscheinlicher in den Gebieten, in denen früher ein Gletscher war. Wir müssen also damit leben, dass der Alpinismus an diesen Orten definitiv gefährlicher wird, aber auch viel, viel schwieriger. Denn Hochtouren gehen ist eine sehr einfache Geschichte. Man seilt sich an und geht über den Gletscher und im schlimmsten Fall buxiert man irgendjemanden wieder aus einer Gletscherspalte heraus. Aber im Prinzip ist es eine sehr, sehr einfache, ja, wenn man dabei ist, fast schon eintönige Sache manchmal. Aber wenn das alles weg ist, dann wird es ziemlich schwierig. Wir brauchen zwar kein Seil mehr, aber wir brauchen definitiv viel Glück, denn Steinschlag ist eine Sache, die können wir nur bedingt beeinflussen. Und dementsprechend, naja, wird das alles ziemlich viel schwieriger. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit dem Permafrost. Es gibt eben Alpenteile oder sehr viele Alpenteile, die vom Permafrost insofern leben, als dass wir sie nur deshalb begehen können, weil sie so stabil, kompakt zusammenkleben. Nun ist es aber so, dass, weil dieser Permafrost eben von außen nach innen schmilzt, außen jetzt immer mehr Platten und kleine oder auch größere Teile des Fells abfallen. Und das bedeutet, wir haben sehr viel mehr loses Gestein. Natürlich könnte man jetzt hier auch auf den Aspekt des Steinschlags eingehen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn eine Schieferplatte so groß wie ein Esstisch auch von einem Berg kracht, dann ist das auch schon wurscht, ob das jetzt Steinschlag genannt wird. Wir sind sowieso tot. Das heißt, wir können eher davon sprechen, dass wir sehr instabile Kletterverhältnisse haben. Wie ist das gemeint? Wir können natürlich logischerweise mit Bohrhaken keine Route absichern, wenn die Bohrhaken ständig ins Tal krachen mit dem dazugehörigen Fels. Und das ist etwas, das muss man bedenken. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir auch mobil relativ wenig absichern können. Wir können uns viel weniger auf den Fels der Zukunft verlassen. Wir müssen viel mehr kontrollieren und wir müssen auch viel öfter damit rechnen, dass Steine, wenn wir sie angreifen, ins Tal stürzen. Und die können teilweise auch richtig, richtig groß sein. Das heißt, unsere zukünftigen Alpen, wenn wir uns jetzt das Bild der Alpen in 100 Jahren malen, werden vor allen Dingen davon geprägt sein, dass Kletterführer beispielsweise sehr viel unzuverlässiger sein werden, weil vielleicht ein Bohrhaken, der irgendwo in einer Topo drinsteht, vielleicht schon gar nicht mehr da ist. Es kann auch sein, dass ein Fels, den man nutzen kann, um einen guten Standplatz zu bauen, ebenfalls schon nicht mehr da ist. Und das kann man in allen Alpenregionen, sobald man etwas höher geht, sehr gut beobachten. Weiters ein wichtiger Beleg dafür ist auch, dass die Steinschlaggefahr immer weiter zunimmt. Auch die alpinen Vereine warnen immer mehr in vielen Gebirgen, in vielen Gebirgen, auf vielen Bergen vor Steinschlag, wo es vor 30 Jahren gar keine Debatte darum geben hätte müssen. Zum Beispiel das Zuckerhüttel in den Stubayer Alpen. Das ist so ein Berg, der wurde jahrzehntelang als beliebter Berg bestiegen. Es ist ein wunderschöner Berg und das SA ist auch nicht sehr schwer. Aber mittlerweile weigern sich sehr viele Bergführer, ihn mit den Gästen zu besteigen und auch der Alpenverein und die Bergrettung. Raten regelmäßig von Besteigungen des Zuckerhüttels ab. Ich selber habe das noch nie so richtig verstanden, warum man von der Besteigung eines Berges abrät, bis zu einem bestimmten Tag, als ich erstmals einen großen Felssturz beobachten konnte. Dann bis vor diesem Tag war ich immer davon überzeugt, dass man für Felsstürze einen Menschen braucht, der diesen Felssturz auslöst. Tatsächlich ist es aber so, dass eben die Schmelze des Permafrosts und die klimatischen Veränderungen, die Tatsache, dass wir weniger Schnee und Eis um den Fels herum haben, einfach zu einem Selbstläufer werden. Und Selbstläufer sind insofern immer gefährlich, weil wir sie einfach nicht in der Hand haben, weil wir einfach nicht ansatzweise prognostizieren können, wann was passiert. Und das macht diese Dinge natürlich nochmal um ein Vielfaches gefährlicher. Am Zuckerhüttel ist es nämlich so, dass jetzt mittlerweile jedes Jahr sehr viele große Felsen von oben abfallen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ein großer Fels, da muss man schon sehr viel Pech haben, dass der erstens genau auf die eigene Route fällt und zweitens einen dann auch noch trifft und drittens dann genau zu dieser Uhrzeit und genau an diesem Tag. Naja, ganz so einfach ist es nicht, denn zum Beispiel das Zuckerhüttel besteht ja jetzt nicht nur aus einem losen Stein, der sich aus dem massiven Gestein gelöst hat, sondern besteht aus ganz vielen losen Steinen mittlerweile an der obersten Schicht sozusagen, wo eben kein Halt mehr da ist, kein Lehm, kein Kleber mehr sozusagen. Und dann nimmt sozusagen der erste Stein, der sich löst, die ganzen anderen Steine von weiter unten mit oder zumindest sehr viele. Und damit erzeugt man sogenannte Felslawinen. Und diese Felslawinen sind um ein Vielfaches gefährlicher als Schneelawinen, denn sie sind definitiv tödlich. Wenn ein Stein aus 500 Metern Höhe, der so groß ist wie ein Wohnzimmer, einen trifft, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass man eigentlich den Rest von uns nur noch mit dem Kercher wegsprühen kann. Insofern, das ist definitiv eine große Gefahr. Und diese Berge, diese No-Go-Berge, die werden auch immer mehr. Wenn wir zum Beispiel an den Großglockner schauen, auch hier ist der Normalweg immer mehr in Verruf geraten, denn der Steinschlag auf diesem Teil des Berges wird immer, immer mehr. Sodass es jetzt sogar schon einen neuen Weg zur Erzherzog-Johann-Hütte gibt, die nicht so stark Steinschlag gefährdet ist. Also wir tun da in dem Fall eigentlich genau das Richtige. Wir passen uns der Natur insofern an, als dass wir einfach neue Wege suchen, die etwas sicherer sind. Ja gut, ich stelle mir gleich mal hier die Frage, warum tun wir das nicht eigentlich viel öfter auf unserem Planeten, dass wir uns der Natur mehr anpassen? Wieso können wir das nur in den Alpen? Aber gut, der interessante Aspekt an dieser Veränderung der Wege ist eigentlich, dass sie über die nächsten 50 Jahre, und ja, ich weiß, die meisten von euch denken jetzt nicht unbedingt so weit, weil in 50 Jahren sind nicht mehr viele von uns Bergsteiger. In 50 Jahren brauchen wir dann wieder neue Wege und wieder neue Wege und sind wahrscheinlich schon beim hundertsten neuen Normalweg auf irgendeinem Berg. Irgendwann wird es sie einfach nicht mehr geben. Oder zumindest wird kein einziger Aufstiegsweg noch so vertretbar sein, dass man sagt, ja, dieser Weg ist zu 100% sicher. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, Bergsteigen ist nie zu 100% sicher, und das stimmt natürlich vollkommen. Die Frage ist natürlich nur, was ist eigentlich noch vertretbar für einen selber? Und wenn in 100 Jahren der Permafrost in den Alpen so weit sich zurückgezogen hat, dass wir überhaupt nur noch auf bröseligen Schuttbergen stehen, dann verliert sich wahrscheinlich auch so ein bisschen der Spaßfaktor am Bergsteig. Das heißt, wir müssen uns definitiv überlegen, ob wir nicht neue Disziplinen und Spielarten des Alpinismus brauchen, denn die Alten, zum Beispiel die Hochtouren, die wird es in Zukunft definitiv nicht mehr oder nicht mehr in diesem Ausmaß geben. Und wir befinden uns aktuell eigentlich in einer der gefährlichsten Zeiten, muss man ehrlicherweise sagen. Wir befinden uns nämlich in einer sehr instabilen Übergangszeit. Wir haben noch einige Gletscherreste, aber diese Gletscherreste schwinden und vor allen Dingen sind sie sehr, ja, sagen wir, empfindlich. Wir haben sehr, sehr viele offene oder nur teilweise oder schlecht verdeckte Spalten. Das war vor 1000 Jahren noch ganz anders. Vor 1000 Jahren war ein Spaltensturz nichts, was man auf dem Radar hätte haben können. Schließlich waren die Spalten ständig mit Schnee befüllt. Der Schnee schmolz über den Sommer selten weg. Und ich möchte natürlich mit Spielarten nicht darauf aus, dass wir jetzt wieder irgendwie 15.000 künstliche Wege und Abenteuerparks in den Alpen errichten, sondern mit Spielarten des Alpinismus meine ich vor allen Dingen, wir müssen mit neuen Gedanken spielen. Wir müssen mit neuen Ideen aufwarten, um Alpinismus wieder in den Alpen vor allen Dingen möglich zu machen. Und ich rede davon nicht, dass wir die Alpen manipulieren, indem wir jetzt Bahnen bauen oder Tunnel bauen oder sonst was oder einen Aufzug zum Gipfel. Das meine ich nicht. Ich meine in erster Linie, dass wir versuchen müssen, uns die sicheren Disziplinen rauszusuchen, sichere Disziplinen zu suchen und dann überlegen, wie wir diese am besten lernen können. Ich glaube, dass es in Zukunft gerade im Hochgebirge immer mehr Felskletterer geben werden muss, denn schließlich wird es immer weniger Eis geben und die Wege werden immer steiler und schwieriger. Es wird auch viel mehr ein Bewusstsein dafür brauchen, welcher Fels jetzt eigentlich stabil ist und welcher nicht. Und zwar gilt es, das dann aus der Ferne zu beurteilen. Im Winter zum Beispiel haben wir das schon ziemlich perfektioniert. Wir können, wenn wir dementsprechend ausgebildet sind, sehr gut beurteilen, ob ein Hang lawinengefährdet ist oder nicht. Wir können anhand der Schneedecke sehr gut beurteilen, ob diese Schneedecke so stabil ist, dass wir bei einer gewissen Hangneigung sie betreten können oder nicht. Und all diese Faktoren haben wir uns über Jahrzehnte erarbeitet, erlernt und vor allen Dingen viel Erfahrung, aber auch viele Opfer bringen müssen, um diese Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich glaube, dass es mit den Alpen nach dem, oder was heißt nach dem Klimawandel, aber wenn die Folgen des Klimawandels größer werden und die Gletscher tatsächlich ganz weg sind, beziehungsweise der Permafrost sich so weit zurückgezogen hat, dass der Steinschlag maßgeblich und vor allen Dingen auf allen Bergen eine große Gefahr wird, dann wird es diese Ausbildung darin brauchen, zu beurteilen, ob ein Hang, ob ein Berg, ob ein Fels nun absturzgefährdet ist oder nicht. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so leicht sein, wie bei Schneehängen und bei Lawinen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch hier in den nächsten 10, 20 Jahren viele Erfahrungen sammeln werden, viel, ja, viel Wissen uns aneignen werden, aber dass es auch hier Weiterbildung braucht. Denn die Alpen werden sich verändern. Wir können nicht sagen, nein, wenn wir es nicht lernen, dann werden die Alpen sich daran halten, sondern die Alpen werden sich verändern und es ist ein großes Sicherheitsrisiko, das wir hier vor uns haben und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen können. Das heißt, vielleicht würde es sich lohnen, wenn wir uns jetzt mehr damit auseinandersetzen, aus was für einem Gestein ein Berg eigentlich besteht und inwiefern das sicher oder unsicher ist, so ein Gestein zu betreten. Wie hoch ist dieser Berg? Wie exponiert ist er? Wie steil ist er? Denn das alles beeinflusst ganz direkt, ob es Steinlawinen geben kann, wie groß diese Steine sind, die da vom Berg krachen und wie häufig das ist. Wenn man das sehr intensiv studiert, so wie man das auch, so wie das die Skitourengeher mit den Lawinen machen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch wieder sehr, sehr sichere Methoden finden werden, um Alpinismus zu betreiben. Fakt ist aber auch, wir werden wieder sehr exklusiven Alpinismus erleben, denn gerade wenn man sich die Skitouren ansieht, da gibt es eben diese Berge, die begeht jeder, weil sie sehr einfach sind und die wird es auch im felsigen Bereich immer weiter geben. Aber dann gibt es eben Skitouren, die sind etwas anspruchsvoller und da wird es dann schon heikel. Die kann man als Laie auch begehen, aber es ist einfach ein großes Sicherheitsrisiko dahinter, wenn man sie nicht richtig beurteilen kann. Und ich glaube, das wird genauso auch im Alpenraum im Sommer kommen. Ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass wir eben auch Phasen haben, in denen wir sehr gut Berge besteigen können und dass es dann eben wieder Phasen geben wird, so wie im Winter auch, in denen besonders viel Steinschlag vorliegt, in denen besonders viel Gefahren lauern, die vielleicht einen Monat später schon wieder weg sind. Genauso ist es aktuell mit der Lawinenwarnstufe auch. Wir haben viel Neuschnee plötzlich, dann haben wir Lawinenwarnstufe 4, zwei Wochen später haben wir dann nur noch Lawinenwarnstufe 2, und vielleicht wird es eines Tages eine Felswarnstufe fürs Hochgebirge geben. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von euch da eine ganz, ganz andere Meinung haben werden, dazu, wie wir das in Zukunft lösen werden. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob es den Klimawandel gibt, ob es wärmer wird oder nicht. Wir können es, wir Alpinisten, wir können es an den Gletschern und am Permafrost und an der Veränderung des Gesteins ganz eindeutig beobachten. Ich empfehle euch dazu, auch wenn es euch interessiert, mal die Wikipedia-Artikel zu Gletscher und die Wikipedia-Artikel zum Permafrostboden. Das sind zwei Artikel, da kann man sehr viel darüber lesen, wie sich da in den letzten Jahrzehnten etwas verändert hat. Da steht sehr viel dazu drinnen. Insofern würde ich sagen, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie würdet ihr sagen, gehen wir in Zukunft wirklich mit dem Thema Steinschlag und wirklich mit dem Thema Felssturz um? Wie können wir damit umgehen? Denn wir können es nicht behandeln, es ist kein Symptom, es ist keine Krankheit, die wir behandeln können, sondern wir müssen damit leben irgendwie. Es ist sozusagen eine unheilbare Krankheit. Die Tatsache, dass uns die Alpen unter den Füßen wegbrechen. Wie werden wir in Zukunft damit umgehen und was für Maßnahmen werden sich finden lassen, dass wir auch in Zukunft noch einen guten Alpinismus genießen können? Schreibt mir eure Ideen oder eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare oder auch gerne an kontakt.alpenacademy.at Ich freue mich wie immer auf jede Wortmeldung von euch und bin da ganz gespannt auf eine Diskussion. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.